Ja, also es war ein mega cooles Erlebnis. Also das erste Mal so auf diesem internationalen Niveau zu starten, war jetzt mein erster Bewerb. Dafür ganz gut ein bisschen über Best-Zeiten. Es ist cool auch mit dem Team, dass man immer alles gemeinsam macht. Ich finde, das gibt da schon ein extrem gutes Feeling. Es ist leider nicht das geworden, was ich mir erhofft hatte, aber ich bin dennoch ziemlich zufrieden damit, dass ich dabei sein durfte. Ein Elfterplatz ist nicht schlecht, also damit kann ich mich schon zufrieden geben. Definitiv. Ausruhen für die 100 Delle dann am Mittwoch und dann schauen wir, ob es da vielleicht auch was geht. Ich war um einiges nervöser als in der Frühe. Es war für mich aber auch ein extremes Erlebnis. Und ich bin extrem zufrieden mit dem Ganzen. Ich finde es wirklich super, was passiert ist. Nervosität gehört dazu. Ich finde es auch gut, weil wenn du nicht nervös bist, dann finde ich, hat man auch nie wirklich den Trang, dass man etwas will. Es ist schön, einfach bei einem so großen Bewerb teilzunehmen.